eingefangen herzlich willkommen zu unserem neuen youtube video wir halten jetzt püppi und nehmen euch wie immer mit diesen versorgt die ist fertig wie ist die laune heute keine lust schon wieder du kannst du nicht jeden tag sein du hast keine lust ich habe auch nicht viel gemacht im regen geritten aber ich muss eigentlich auf die videos muss ja auch ich wollte gerade sagen muss schon cool aus dem regnen allwetterreiter oder sommerreiter für wetterreiter okay wir sind auch schon wetterreiter aber manchmal geht das nicht manchmal geht das ja küsse für die motivation stop Was willst denn du hin? Unsere Marschverpflegung für schlechte Zeiten. Bist du bereit, ready und motiviert? Okay, dann starten wir mal. 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 Das ist ja bei der, dieses Geschnatter, die konzentriert sich halt dann einfach. Wir sind schon dann konzentriert. Okay, Püppi, warte. Warte, warte, Püppi. Hier bist du, du machst es so fein. Guck mal, dann hast du mal einen kleinen Haps. Jetzt kommt die Weihnachtspüppi an. Okay. 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 Püppi. Püppi, leck dir die Eimer aus. Schatz, du bist echt der Burner, ne? So. Püppi ist einfach ein freiheitsliebendes Pferd. Das ist gerne, wenn du irgendwelche Eimer auslutscht, ne? Wie früher bei Oma. Du komm mal hier, einmal. Ah, Püppi. Weih, 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 weih. So. Zack. Ist eigentlich viel zu warm. Ey, Püppi, du schmeißt das nicht um. Das macht sie nämlich auch total gerne. Alles umschmeißen. Püppi. Da kannst du ein bisschen was haben. Du musst warten, bis du alt bist. Bis du Heukopf kriegst. Spoiler-Alarm am Rande. Ich denke, er ist mehr als doppelt so alt wie du. Also, kannst du dich da auf eine lange Wartezeit einstellen. Hä? So. Ich gucke, da ist irgendwas. Irgendwas sitzt dir nicht so richtig. So. Fertig? Ja, so die Ruhe weg. Andy. Schlecker Mäulchen. Andy, so ein richtiges Schlecker Mäulchen, ne? Komm, Püppi. So. Jetzt gehen wir in die Box. Da hast du dein Fressen. Weil ich muss heute noch mich um Flipper kümmern. Uff, abmarsch. So. Den haben wir nämlich auch noch auf dem Programm. So. Krumpi. Krumpi. Krumpi Hors. Na, freust du dich schon? Komm her. Zack, ist der Tag versaut. Zack, ist der Tag versaut. Zack, ist der Tag versaut. So. Esel. Und komm her. So. Kannst du mal ein bisschen mehr Motivation zeigen, Kollege? Zack. Okay. Hey. So wird das noch nichts. Ich hab jetzt echt Hunger, ne? Ich hab Hunger. Der geht schneller. So. Oh. Warum kann eigentlich keins von meinen Pferden warten? Flipper. Tja. Flipper, wärst du nicht, dass du hier zu einem Arm bist? Ja. Ja, auf, komm mit. Ab. Ich bin gespannt, ob du auch so ein starrsinniges Pferd wirst. So ein Sturkopf. Okay. Okay, heute. Hauf. Letzte Runde für heute. Oh ja. Das ist gefahren in der Reithalle, der Abäppel-Boy. So, fein. Auch du, Kollege, stehen bleiben. Ach so, herzlich willkommen zu unserem... Ach so. Ja, stimmt. Ist ja jetzt so ein Pferd am Rande. Kein Hauptakteur, du bist quasi ein Statist. Dann schreit ich lieber bei den anderen, was so blöd ist, die da so nicht fallen. Ja. Ja. Ich nehme das als Pferd. Ja. 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 Ja.